Nein, also das letzte Mal anbremsen für Co. 1 und die Chance für ihn zu tun. Die bleibt eben im Windschatten, schiert er aus. Die Lücke ist, glaube ich, für diesen Versuch deutlich zu groß, aber er zeigt sich, er zeigt sich. Drückt auf den Bremsen und muss den Schnauung auf dem Hell in die erste Kurve hinein. Schreie den Schnauung wieder hören und die Fahrt fortsetzen kann möglicherweise auf den zweiten Positionen. Das ist ein Schnauung. Das ist ein Schnauung. Das ist ein Schnauung.